Weniger Stress, mehr Gelassenheit Stresstraining für ein entspannteres Leben Hier sind einige Tipps, wie man lernt, sich weniger zu stressen Erst im Bewusstsein schaffen Achte darauf, wie oft du negative Denkmuster wie Ich muss oder Ich sollte verwendest. Erkenne, dass diese Gedanken Stress verursachen können. 2. Entspannungstechniken Erlernen Probiere verschiedene Entspannungstechniken wie Meditation, progressive Muskelentspannung oder Yoga aus, um Stress abzubauen 3. Prioritäten setzen Identifiziere die wichtigsten Aufgaben und konzentriere dich darauf, sie zu erledigen Lerne, unwichtige Dinge loszulassen und dich auf das Wesentliche zu fokussieren 4. Grenzen setzen Lerne, Nein zu sagen, wenn du überfordert bist oder dir zu viel aufgeladen wird Setze klare Grenzen und achte auf deine eigenen Bedürfnisse 5. Zeitmanagement Verbessern plane deine Zeit effektiv und setze realistische Ziele Vermeide es, dich zu überfordern, indem du zu viele Aufgaben in kurzer Zeit erledigen willst 6. Positives Denken Fördern versuche, negative Gedanken durch positive zu ersetzen Fokussiere dich auf das Gute in deinem Leben und lerne, dankbar zu sein 7. Bewegung und gesunde Ernährung Achte auf eine gesunde Lebensweise, die ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung beinhaltet Körperliche Aktivität kann dazu beitragen, Stress abzubauen Indem du diese Techniken anwendest und an deinem Denken und Verhalten arbeitest, kannst du lernen, dich weniger zu stressen und ein ausgeglicheneres Leben zu führen 10. acciones 11. déc Wednesday 19. 20. 23.